Jo, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel der alten Spielevorstellung, sozusagen. Naja, alt ist, lassen wir diesmal weg, denn es geht in dieser Staffel um DS-Spiele. Ich habe seit 2004 einen DS und da haben sich auch schon einige Spiele angesammelt. Und das erste Spiel, was ich euch vorstelle, heißt Asphalt 2. Da ich dies auch auf YouTube hochladen werde und nicht nur als Podcast veröffentlicht, zeige ich es in die Kamera. Jo, Asphalt 2 ist ein Rennspiel, könnte man mit Need for Speed vergleichen. Aber vom Soundtrack her, es hat nur einen Soundtrack, also ein Lied, das auch mehr oder weniger bekannt ist, was mehr im Radio gespielt wird. Es ist von Ubisoft, Asphalt 2, für einen DS. Ganz nett, gibt es auch für Playstation, Portable. Obwohl, auf PSP ist die Grafik viel besser. Kann man auch zu viel Spieler spielen und ich habe mal ausprobiert, ob man das auch übertragbar machen könnte. Also von DS zu PSP irgendwie ging das dann. Also könnt ihr ja ruhig auch mal ausprobieren. Jo. Das kriegt von... Also als Fazit ein eigentlich gutes Spiel, nur ich finde ein bisschen wenig Strecken und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es ein Kaufwert, wenn man auf Rennspiele auf Handhaben drauf Lust hat. Aber am besten kauft man sich dann halt Need for Speed. Aber eine gute Variante. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Spielevorstellung. Und da waren die Kommok. Vielen Dank.